Herzlich willkommen bei Lotto 6 aus 45, Lotto Plus und Joker. Auch am zweiten Adventssonntag hat sich Fortuna ein bisschen knausrig gezeigt. Kein Sechser also und damit geht es heute um einen Lotto-Vierfach-Checkpot. Ziehungsgeräte und Kugeln sind notariell überprüft und ich wünsche Ihnen viel Glück. Und die erste Gewinnzahl von heute Mittwoch ist zwölf. Zwölf. Es geht weiter mit 35. 35. Heute auch mit dabei ist 22. 22. Vielleicht bringt Ihnen heute auch 19. Wir nähern uns dem Sechser mit 1. Und komplett ist damit 29. 29. Fehlt somit noch die Zusatzzahl und diese ist 38. 38. Sollten Sie diese Zahlen gedippt haben, dann haben Sie den Lotto-Vierfach-Checkpot geknackt. Und nun kommen wir zu Lotto Plus. Bei Lotto Plus haben Sie die Möglichkeit mit Ihrem Lotto-Tipp noch einmal zu gewinnen. Wir starten jetzt die Ziehung. Die erste Gewinnzahl bei Lotto Plus ist 6. 6. 6. 20. Es geht weiter mit 16. 16. Die dritte Gewinnzahl ist 25. 25 Weiter geht es mit 4 4 Die vorletzte Gewinnzahl ist 29 29 Und komplett ist der Lotto Plus 6er mit 14 14 Auch bei Lotto Plus hat es am Sonntag keinen 6er gegeben, somit wurde die Gewinnsumme wie immer auf die 5er aufgeteilt. Und damit kommen wir zum Joker. Ein Tiroler hat mit der richtigen Jokerzahl und dem angekreuzten Jahr am Sonntag den Joker im Alleingang geknackt und kann sich über mehr als 261.000 Euro freuen. Ich drücke Ihnen jetzt die Daumen. Die erste Stelle der heutigen Jokerzahl lautet 7 An der zweiten Stelle haben wir 9 Die dritte Jokerstelle ist 7 An der zweiten Stelle haben wir 3 Die vorletzte Stelle lautet 6 6 Und auch an der sechsten und letzten Stelle haben wir 6 Ob Sie gewonnen haben, können Sie mit der Lotterien-App oder im OF-Teletext auf Seite 721 überprüfen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen am kommenden Sonntag hier in ORF 2 Untertitelung des ZDF, 2020